So, jetzt bin ich in meinem Handelsraum und jetzt, glaube ich, könnt ihr das im Vollscreen viel, viel besser sehen mit der Tages- und Wochen-Strategie. Wir starten wie immer einmal schnell einen Durchlauf und dann werde ich die Trades durchgehen, die wir letzte Woche gemacht haben. Und wir haben heute sogar einen Trade eingegangen, der auch schon in den Gewinn gelaufen ist. Audi, Schweizer Franken, hier seht ihr den roten Strich und der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Audi, Neuseeland ist hier in den Gewinn gelaufen. Audi, OSD, ey Carlos, nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, ich weiß, da oben ist die Sonne, die Erinnerung, dann treten wir short. Hier die tolle rote Kerze hinterlegt, für alle, die nicht ganz so gut mehr schauen können, so wie ich, mit einem roten Strich. Und wir erinnern uns, wir drücken hier einfach nur auf den Aktivierungsknopf und dann können wir die Order direkt platzieren. Dieser Trade ist auch in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir Dow Jones, ist in den Gewinn gelaufen. Euro-Britisch-Fund, der läuft tatsächlich. Euro-Britisch-Fund läuft. Und ja, was machen wir jetzt, Carlos? Und sehr, sehr häufig erwähnt, wir haben ja hier unten unseren Stop-Loss. Ja, und dieser Trade ist nicht ein Tagestrade, sondern ist ein Wochentrade. Und dazu komme ich nachher nochmal und zeige euch das. Britisch-Fund, Schweizer Franken ist in den Gewinn gelaufen. Britisch-Fund USD, der läuft noch und da sind wir heute besser eingestiegen in den Britisch-Fund USD und der ist in den Gewinn gelaufen. Ich zeige das mal hier. Zack, seht ihr diesen Strich? Da sind wir heute Morgen in den Short eingestiegen. Wir sind besser reingekommen und der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Britisch-Fund, beziehungsweise Nikkei ist auch in den Gewinn gelaufen. Wir sehen es immer hier an diesem Strich und an diesem Kästchen. Nächster Trade oder nächste Trade sind die auf Wochenbasis. Hier haben wir Audi, Schweizer Franken. Da sind wir long. Und der Kurs, ihr seht es an den drei roten Kerzen hier. Eins, zwei, drei läuft gegen uns. Ja, und jetzt heißt die Devise, ruhig bleiben, denn wir sind keine schönen Wetterkapitäne, auch nicht im Traders Club. Auch wenn ich jede Woche sage, gewinne, 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 wie auf dem Hamburger Dom. Hier heißt es, hier sind wir noch nicht im Gewinn. Und zwar, der Stop-Loss liegt hier auf dieser blauen Sonne und wir haben noch kein Gegensignal. Das heißt, wir bleiben noch in dem Markt. Ja, aber der Carlos ist ja im Minus, der Trade ist ja im Minus. Ja, aber Regel Nummer eins, halte dich an deinem Plan. Regel Nummer zwei, riskiere nicht zu viel. Wir riskieren maximal ein Prozent. Das heißt, wenn der Stop-Loss hier unten erreicht ist, verlieren wir ein Prozent. Euro-Austral-Dollar, ähnliche Situation auf Wochenbasis. Der Markt dreht, wir bleiben aber noch drin. Euro-Cut ist in den Gewinn gelaufen. Euro-Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Und Gold, den habt ihr auch letzte oder vorletzte Woche mit mir gemacht, ist auch in den Gewinn gelaufen. Also, wir haben die Märkte, die wir letzte Woche in Gewinn gebracht haben, ist einmal, ich zähle sie nochmal auf Dow Jones, Audi USD, S&P 500, Euro-Britischfund, Britischfund, US-Dollar und Gold und den USD-Cut. Gold und USD-Cut, das sind die Märkte, die wir in den Gewinn gebracht haben. Was für eine Rendite, Carlos? Es ist immer 0,1 Prozent. Wir gehen auf ein halbes Prozent pro Woche und das würde zwei Prozent im Monat bedeuten. Und somit würden wir A, den DAX schlagen, der 7,6 Prozent ja im Durchschnitt gemacht hat pro Jahr. Und wenn man ein halbes Prozent macht, dann pro Woche zwei Prozent im Monat. Und das auf zehn Monate gerechnet, dann hat man eine stabile Rendite von circa 20 Prozent. Und ich glaube, jeder von euch mit sehr, sehr wenig Arbeitsaufwand, wäre schon mit zehn oder 15 Prozent kontinuierlich stabil zufrieden. Das waren die Tagestrades und Wochentrades. Wir sehen es dort aktuell. Alles alte Signale, die in Klammern sind, sind sieben Tage alt, sieben Tage, sechs Tage, neun Tage etc. Ihr habt die Möglichkeit natürlich selbstverständlich auch diese Strategie selber zu testen. Einfach auf tradersclub24.de gehen und einen Gastzugang beantragen. So, jetzt kommen wir zum Thema Teil 2, Stop-Loss-Market. Wir haben ja letzte Woche besprochen, wir haben einmal die Möglichkeit, den Stop-Loss auf diese letzten Hochs, letzten Tiefs zu platzieren, auf den sogenannten Sonnen. Dann hatten wir die gleitenden Durchschnitte. Ich werde das mal euch zeigen in Form eines DAX 40 Charts. Hier, so sieht ein ganz normaler Chart aus. Und wenn wir jetzt mal die Tagesstrategie nehmen, so, dann sehen wir hier auf Daily Basis, wo platzieren wir den Stop-Loss an den Sonnen. Und dann hatten wir gesagt, an den gleitenden Durchschnitte. Einmal hier und dort. Und, wenn ich mich nicht dran entsinne, haben wir auch gesagt, am Daily Pivot. So, und den zeige ich euch auch einmal an Master Template X. Das heißt, wenn man einen Stop-Loss platzieren möchte und man möchte Long traden zum Beispiel, hat man diese Zielmarke, diesen Daily Pivot, als auch Unterstützung. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Und zwar zwei Bereiche, die ich heute mit euch gerne durchsprechen möchte. Nämlich Stop-Loss-Marke anhand von Fibonacci-Zonen. Das bedeutet, wenn man etwas länger traden möchte, Swing-Trades nehmen möchte, kann man das wunderbar auf den Fibonacci-Levels tätigen. Und hier einmal ganz kurz der Hinweis. Ich zeige euch das mal. Zack. Das sind die Fibonacci-Zahlen. Null angefangen, 23, 38, 50, 61,8. Und da stehe ich mal kurz auf. 61,8 ist der Bauchnabel. Das heißt, der Bauchnabel trennt uns ja vom Oberkörper zum Unterkörper. Und hier beim Trading ähnlich. Wenn wir unter 61,8 schließen, so das Regelwerk, dann befinden wir uns bei einer Kehrtwendung. Das heißt, wir würden in Richtung Short traden. So, jetzt nehmen wir mal die letzten Tiefs mit dem letzten Hoch. Und zwar machen wir das immer von links nach rechts. Wir ziehen die Fibonacci-Zeit von links, ziehen es nach oben. Und jetzt haben wir die Zielmarken. Das heißt, von dem Corona-Tief bis zum aktuellen Hoch bei 16.400 gibt es hier Zonen. Einmal diese. Dann haben wir, das ist das 23,6 Retracement. 38, sagen wir immer der Klassiker. Bis dahin läuft der Markt und dann ist alles noch in Ordnung. 50 Prozent. Und hier unten, da könnt ihr jetzt angeben, bei eurem nächsten Stammtisch, bei 13.604. Wenn wir da runter sind, dann befinden wir uns letztendlich laut Fibonacci-Bereiche im Short-Segment. Das heißt, auf feilenden Kurs. Das heißt, wenn der Markt jetzt zurückläuft und wir zittern, weil wir sagen, oh, 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 der Markt ist bei 15.349, dann könnt ihr auch dort beim nächsten Treffen mit euren Kumpel oder Freundinnen sagen, ja, pass auf, Digi, das ist das 23,6 Retracement. Alles gut. Der Markt korrigiert dort. Und wenn er bis 23 hier runterläuft, dann sagt man, das ist, und hier wieder dreht, dann ist das ein sehr, sehr starker Bullenmarkt. Ja, und genauso gut andersrum. 38 ist alles noch in Ordnung. Wenn ihr also einen Stop-Loss platzieren möchtet und der soll halten, ja, gibt es natürlich nirgends wo eine Garantie. Aber wenn, und man will den Markt wirklich atmen lassen, wäre dieses Level hier, laut Fibonacci, 61,8, ideal darunter ein Stop-Loss zu platzieren. Und wenn wir das ein bisschen kleiner machen, dann sehen wir, dass dieses Level auch hier, ja, die sind da raufgelaufen, da wieder abgelaufen. Also ab dahin würde man Short traden. Das Ganze kann man auch für die Herren, Damen und Herren, die kurzfristig traden, wir zeigen das mal auch in Euro-Dollar, kann man das nutzen. Das ist ein Euro-Dollar-Chart vom 30., also vom Freitag. Nehmen wir mal die Fibonacci-Zahlen, links nach rechts. So, und was haben wir gelernt? Der Bauchnabel, ich stehe nochmal auf, 61,8 Retracement auf dem 5-Minuten-Chart. Wo hat der Euro-Dollar gehalten? Direkt Magic beim 61,8 Retracement. Auch hier Euro-Dollar gestiegen am Freitag und jetzt wieder zurückgelaufen etc. Also diese Fibonacci-Zahlen, bzw. diesen Bereich kann man nutzen. Ja, mit was für einer Treffersicherheit? Das kann ich euch jetzt auch von der Statistik schwer sagen. Ich weiß nur, dass viele Leute von uns auch im Club solche Mark nutzen, um Umkehrpunkte zu sehen, ob der Markt noch Luft nach unten hat. Wo platziere ich den Stop-Loss? Das wäre also die nächste Variante. Und dann gibt es eine ganz einfache Variante, die ich heute euch mitgeben möchte. Und zwar einen sogenannten Zeit-Stop-Loss. Was bedeutet ein Zeit-Stop-Loss? Ich zeige euch das mal anhand einer Strategie, die wir im Live-Trading auch machen. Und zwar, wenn nach einem gewissen Zeitpunkt, also Urzeitpunkt, der Markt nicht die Bewegung macht, stoppt man einfach. Das heißt, wir haben so ein Box-Trading und es gibt immer mehr Leute, die sagen, wenn um 9 Uhr der Markt nicht direkt in die Richtung läuft, ersten Versuch, zweiten Versuch, dann wird zum Beispiel um 9 Uhr drei, drei Minuten nach der Markteröffnung in der Kassamarkt, der Markt oder beziehungsweise der Markt geschlossen. Nehmen wir mal den DAX. Man geht rein in den DAX und wir haben hier spezielle Box-Strategien. Ich kann euch das mal zeigen mit einem Tool, das nennt sich Swissbox. Und wenn wir da reingehen und ich nehme das jetzt hier mal rauf, Swissbox, da ist es. Ich werde hier mal die Magic-Nummer kurz ändern. So, ganz schnell. So, wenn wir dort eine Box platzieren und dann sagen, wir aktivieren die und wenn der Markt dann nicht innerhalb von drei Minuten in Gewinn läuft, ihr habt richtig gehört, drei Minuten, dann werden die Positionen geschlossen. Das Verrückte daran ist, wenn man das aber jeden Tag macht, kommt dabei sicherlich auch mal eine Verlustserie hin, aber das ist auch eine Art eines Stop-Loss. Das heißt, wir unterscheiden zwischen einem statischen Stop-Loss oder einem flexibel von der Zeit. Der andere Stop-Loss, was auch immer wieder beliebter ist im Traders Club, ist nach einem prozentualen Stop-Loss. Das heißt, es gibt Trader, die sagen, mein maximales Risiko liegt bei 1,5%. Und wenn die 1,5% erreicht sind vom Verlust, wird die Position geschlossen. Auch das ist ein Stop-Loss. Und das kann ich hier alles eingeben, dass ich sage, hier beim Box-Trading maximaler Verlust, zum Beispiel 1% oder 1,5% und dann schließt die Software automatisch, natürlich muss der Computer ansehen, an sein, automatisch die Position. Das heißt, wir haben jetzt so viele Variationen an Stop-Loss-Marken gesetzt. Die Quintessenz von den beiden Webinaren jetzt, also von den Videos, Entschuldigung, sind von mir ganz klar formuliert. Träte immer mit einem Stop-Loss. Immer. Und wenn du das machst und das beherzigst, dann bist du zumindest auf der richtigen Seite. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich uns eine erfolgreiche Handelswoche und bis nächste Woche Montag. Bleibt gesund und gute Trades. Vielen Dank.